und damit willkommen zurück zum mental omega ein bisschen schneller machen unser erstes ziel noch eins vorsichtig hier oben sein weg locken die leute hier umschwimmen wasser aus mitkämpfen unsere verstärkung nein wir bekommen kein bauch vergessen das gibt es hier nicht und hier auf vier mitkommen, mitkommen, mitkommen musst du auch ein bisschen aufpassen da oben hilft auch ein fahrzeug rum das geht noch mal gut jetzt kämpfen wir hier ein bisschen weiter oben ist weg, perfekt jetzt müsst ihr hier oben aufpassen ihr dürft hier nicht nochmal reingehen es gibt gut bewacht vom desolator und der tesla spule und noch ein kleines geschütz ist da drin wo ist die verstärkung ja wo ihr wieder hingehen wollt das ist echt wunder ja kein problem jetzt kommen wir mal her jetzt kommen wir von mitten wir wollen hier weitermachen sehr schön die drohne muss zwingend da weg die drohne muss zwingend da weg sehr schön wir können mit dem ziel sehen sie sich hier weitermachen deswegen müssen die medics auch da unten stehen hier ist der desolator den boden versorgt erstmal hier platz machen bisschen aufdecken wir wollen das tor kaputt machen gut das war der erste jetzt brauchen wir nicht das hover damit locken wir nämlich den desolator an müsst ihr auch ein bisschen aufpassen ihr müsst sofort kämpfen weil die schussreichweite von einem desolator ist wie ihr alle kennt ist ein bisschen hoch und um das zu vermeiden sofort auf angriff gehen das geht noch gut dann mit euch weitermachen also ihr solltet wirklich die wege hier frei machen ihr müsst nachher hier oben landen ihr müsst hier vorne landen ihr müsst da oben land jetzt im fort schon mal vorbereiten Flugabwehr ist nicht zwingend notwendig aber schon mal ganz gut wenn ihr die mit weg macht habt könnt ihr euch rangen wer sich von dem zuerst rang ist mir völlig egal Hauptsache die machen alles weg kommt mal mit hier oben kann man auch ein bisschen eklig werden hier sind auch ein paar fahrzeuge die hier runter kommen ich sehe dass da im bunker steht seht ihr das auch ich schieße drauf sieht man nicht weil die durch den Boden schießen wie wichtig das hier den bunker kaputt gemacht kommt mal mit machen wir den ganzen quatsch noch kaputt gut ja gut ein medic geholt wir kommen machen sowieso noch einen aber nicht schlimm wir müssen auch Poffen stehen wir sind unkroßbar die Lens sind fokussiert der Zukunft ist schmerz komplett Lichtschmerzen wer ist dein Vater? ich versuche mal die raus zu lockern ich versuche mal die raus zu lockern ganz besonders der Panzer komm her du Vogel so ein Dreicksteil steht da oben noch ein Geschütz rum wiederwärtig alles schrotten was man schrotten kann komm mal her voll reingelaufen so jetzt noch eine Flak ah guck mal noch mehr Gegner das ist die Panzer die sogar gefahren können das ist eine Katastrophe das ist eine Katastrophe das ist die Panzer die sogar gefahren können jetzt komm oh dich hab ich ja vergessen oh dich hab ich ja vergessen du möchtest wir lassen sie wie das ist eine Katastrophe wir müssen aufpassen hier sind noch 2 Geschütztürme hier sind noch 2 Geschütztürme Inklusive der Panzer, die hier rumeiern Na, warum die jetzt nicht angreifen? Keine Ahnung Dann wird komischerweise da stehen Sehr schön, der Flächentum, der Steuerer, das ist immer sehr schön Hier vorne ist auch ein Bunker Auf euch hab ich nur gewartet Du greifst nicht automatisch an, das kannst du dir auch gar nicht erzählen Tag mal nach vorne Na, ich seh's schon Aber ihr könnt's nicht sehen, ne? Ich ja, ihr nicht Oh man, oh man, oh man, oh man Na, geht doch Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man We'll be right back! Wir fürchten und約en, es geht nach oben! vid Kurab! Berede, wir sind auf dergelieft! Ich bin gespannt, wie ich die Zeit Und die Höhe aus der Welt Oh man, oh man, oh man, oh man 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 Leute, packen wir mal hier hin, wegen Tesla-Panzer. Dann packen wir Licht mal an. So, jetzt nochmal den zweiten Abschnitt. Wie ihr seht, schon wie groß die gerade geworden ist. Ja. Ach, schade, das will ich mehr Einheiten bekommen. Würde aber auch nicht mal reichen. So, was sind wir mit den restlichen Turpol-Kranken? Ja. So, was sind wir mit den restlichen Turpol-Kranken? Ja. So, was ist das? So, was ist das? So, was ist das? Boah. Dann packen wir mal auf vier, weil ihr seid so viele. Oh, noch ein Ziel Gut Fünf Ja, die sind scheiß Timer-Mine Na, die kommen von da oben jetzt Wir haben jetzt keinen Einfluss drauf Gut, ungeloggt Wollt Ich bin schon mal mit. Ich bin schon mal mit. Ich bin schon mal mit. Oh, so ganz Sniper dabei. Sehr schön. Auf drei nichts mehr. Wir kommen dem auf drei. Der hat nämlich seine Rakete abgeschossen. Was ist die Situation? Ich bin der Mann. 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 Das sehen sollt ihr auch vorbereiten. Das müssen wir nicht in diesen Bereich rein. Okay. Wett, 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 wett Leute. Alles gut. Alles gut. Ich hab schon schlimmere Sachen gemacht hier. Euch decken wir auf. Wir kommen alle mal auf drei. Die sind sehr gut. Kommt mal mit. Guck mal ein bisschen snipen können. So widerlich. Wenn die angerannt kommen, dann müssen wir gegen die hier kämpfen. Was ist die Situation? Ich hab jetzt leider keinen Ingenieur hier. Ich bin 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 hier. Und jetzt gehen. Ich bin hier. Ganz viel dabei. Ich bin hier. Jetzt brauchen wir dikkatzen. Ä Meh. Das hat ihn nicht gegeben. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Man wird hier runter Bis zum nächsten Mal. Let's take the scenic route. Ziem echt was besseres auf dem Konnen. Unit lost. Unit lost. Structure garrison. We're all crime. Ready to run. Unit lost. Unit lost. UnINT to pressure. Units rich. Units destroyed. Units to the best. Units required. Units destroyed. Units installed. Willkommen, Willkommen, Willkommen Willkommen, Willkommen, Willkommen Willkommen, Willkommen Let us see I'm getting there Unit lost Five minutes remaining Unit lost Unit promoted I'm your man How about Perfect Unit lost Four minutes remaining Cover me Perfekt Objective completion Mission accomplished Achja, ein bisschen Übung und dann geht es auch auf dieser Spielgeschwindigkeit Ihr habt ja gesehen, ihr müsst ja diese sechs Topol-M-Plattformen zerstören Einer davon schießt und der Schuss geht ins Leere rein Von daher alles gut Könnt ihr eh nicht verhindern Ich hab das mal versucht, das Naja, bringt nichts Ja gut, dafür würde man sagen Vielen Dank fürs Einschalten Bis zum nächsten Mal und Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann